Getestet und haben festgestellt, dass die Hautreinigung im Vergleich zur manuellen Hautreinigung ungefähr um den Faktor 10 besser ist. Das führte dazu, dass sich für die Konsumentin der Hautzustand wesentlich verbessert. Die Bürste ist eine oszivierende Bürste, das heißt in kleinen kurzen Bewegungen geht es hier nur zurück. Im Gegensatz zu rotierenden Bürsten ist dies sehr viel hautfreundlicher. Es reizt die Haut nicht. Hinzu kommt, dass die Borsten hier abgerundet sind. Das führt dazu, dass das Produkt sehr hautverträglich ist. Und der Oszillationswinkel ist größer als bei Konkurrenzprodukten. Das erhöht die Reinigungsleistung sehr stark. Um die Hautfreundlichkeit der oszillierenden Bürste zu demonstrieren, kann man sie an einem empfindlichen Gewebe, beispielsweise an einer Nylonstrumpfhose, gut demonstrieren. Bei dieser Oszillationsbürste bewegt sich die Bürste etwa 7000 Mal pro Minute. Also Sie können ganz eindeutig sehen, hier wo die oszillierende Bürste war, ist das Gewebe, das sehr empfindliche Gewebe, völlig in Ordnung. Und hier, wo wir die rotierende Bürste angewandt haben für eine Minute, haben Sie deutliche Gewebeschäden. Die Reinigungsleistung einer rotierenden Bürste ist im Wesentlichen geringer, weil eventuell auch kleine Partikel in die Haut eingerieben werden. Bei oszillierenden Bürsten wird das eher aus der Haut entfernt. Sie müssen normalerweise Dinge, mit denen Sie die Haut bearbeiten, therapieren, anschließend desinfizieren. Bei dieser Bürste ist es so, dass Microsilberkristalle eingearbeitet sind. Microsilber sorgt dafür, dass Bakterien abgetötet werden und dass Bakterien sich nicht vermehren können. Sie haben keine hygienischen Probleme anschließend, denn die Bakterien, die, wenn sie wieder auf die Haut gebracht werden, eventuell Schäden hervorrufen, werden ja röchtersilber vernichtet. Und Sie brauchen die Bürste nicht zu desinfizieren. Das ist eine gute Sache. Microsilber wird immer mehr angewandt in den letzten Jahren mit gutem Erfolg. Das Gerät ist spritzwassergeschützt und kann unter der Dusche verwendet werden. Also zusammenfassend kann man sagen nach unseren Prüfungen, das Gerät hat viele Vorteile. Erstens, durch das Oszillationsprinzip haben wir eine sehr gute Hautreinigung, durch die abgerundeten Borsten eine sehr gute Hautverträglichkeit. Durch das eingearbeitete Microsilber haben wir hygienisch überhaupt keine Probleme. Und das Ein-Knopf-Einstellsystem macht das Gerät in der Handhabung sehr einfach und sehr sicher. Glock. Glock. Ja.